Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir kommen ins Fernsehen und zwar genau in vier Tagen. Wie die meisten von euch schon wissen, wir haben es auf Instagram und Facebook geteilt. Und jetzt wollten wir es euch nochmal auf YouTube mitteilen. Wir sind selber mega gespannt und es gab auch schon einige Fragen von euch, wie wir da hingekommen sind und ob das jetzt durch YouTube kam oder nicht. Eine Frage, die wir schon mal vorweg nehmen, ob das durch YouTube kam, können wir sagen, war nicht so. Also das stand schon lange, lange fest mit dem Filmteam. Als Sanja schwanger war, da war die Reise noch nicht geplant. Und ja, da wusste das Filmteam noch nicht mal, dass wir eine Weltreise machen. Wie es dann wirklich dazu kam, wie wir ins Fernsehen gekommen sind, erzählt am besten Sanja, weil sie das Ganze quasi so ein bisschen in die Wege geleitet hat. Ja, also das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar war das so, ich war schwanger. Beni und ich haben uns ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklungsbüchern beschäftigt, die haben ganz viel gelesen und wollten einfach charakterlich wachsen und weitergehen und Dinge aus, ja, einfach aus unseren Komfortzonen herauskommen. Und dann habe ich durch Zufall bei Facebook in der Gruppe gelesen, dass eine Family noch gesucht wird in dem und dem Zeitraum, Entbindungstermin. Und ich dachte, ja, geil, ich wollte schon immer mal bei einer Dokumentation mitmachen, weil da stand, ja, das ist eine Dokumentation. Und ich dachte so, oh, krass, Arte, wie cool ist das denn? Sowas ist immer schon mein Traum gewesen. Hab schnell uns beworben und ja, prompt kam halt die Zusage zurück. Bald wurde uns dann klar, dass das auch RTL 2 sein wird. Und dann haben wir miteinander geredet und uns im Endeffekt dafür entschieden. Und die Gründe, erzählt euch jetzt, Beni. Ja, warum machen wir bei RTL 2 mit? Ja, die Frage kam schon im Freundeskreis und die musste uns dann auch selber stellen, weil wir gedacht haben, ja, so RTL 2 hat ja so einen Ruf, sag ich mal. Schlechten Ruf. Ja, und also wir haben einfach gesagt, ist jetzt egal, ob das ARD, ZDF, VOX, RTL 2 ist. Das ist einfach eine riesen Erfahrung. Einfach mal vor der Kamera stehen, ja. Haben wir noch nie gemacht, außer vor unserer Homekamera jetzt bei YouTube. Aber wir haben noch nie vor einer richtigen großen Kamera mit Filmteam gestanden. Und Filmteam, ob man jetzt bei ARD, ZDF oder RTL 2 ist, hat man immer ein Filmteam. Und einfach diese Erfahrung zu haben, mal wirklich vor der Kamera zu reden, das kann einem keiner nehmen, egal welcher Sender. Und von daher haben wir gesagt, das wird uns einfach so weiterbringen, auch für YouTube, weil wir da ja auch täglich vor der Kamera stehen. Na ja, YouTube kam ja erst durch die Idee von RTL 2, das kam ja erst später. Ja, wir hatten es ja schon mal angefangen, YouTube. Nee, aber erst durch RTL 2. Guck mal, das erste Video, was sich hochgeladen hat, war ja von unserer Homekamera. Stimmt. Ja, so stimmt. Also wir sind eigentlich im Grunde genommen auf YouTube wegen RTL 2 gekommen, muss man dazu sagen. Weil wir hatten eine Homekamera, werdet ihr natürlich auch alles noch sehen dann. Ja, und da haben wir dann immer gesagt, hey, ganz ernsthaft, wir müssen unser Leben auch mal selber irgendwie filmen und da rausbringen, unsere Inspirationen und Ideen und was weiß ich was. Meine Schwester kam dann dazu. Sie hat gesagt, ich lade jetzt ein Video von euch hier hoch. Das war nicht mal geschnitten, gar nichts. Das existiert übrigens auch nicht mehr, das aller allererste auf unserem Kanal. Weil, ja, da war nichts gemacht. Wir wussten noch nicht, hatten keine Story. Also wir hatten zwei Videos ganz am Anfang, als wir YouTube angefangen haben, gemacht. Und die haben aber auch wieder runtergenommen, weil wir dann irgendwie nicht mehr weitergemacht haben, ein halbes Jahr. Und ja, als wir dann die Reise begonnen haben, haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir es mal durch. Jetzt machen wir das. Und haben uns dann selbst einen Arschtritt gegeben. Ja, und natürlich hat uns die Erfahrung hier auch mit dem Kamerateam weitergebracht einfach, weil, ja, weil wir dann schon gewohnt waren, vor der Kamera zu stehen und auch mit einer Kamera zu sprechen. Genau. Und das war ja dann auch im viel kleineren Format, privater, bei uns, so nur mit unserer Kamera, ist dann nochmal ein bisschen einfacher als mit einem riesen Kamerateam. Genau. Und da man das halt dadurch schon gelernt hat, oder da wir das dadurch schon gelernt haben, war das halt auf jeden Fall auch schon ein Vorteil. Genau, wir können nur daran wachsen, wir können nur davon lernen. Und egal, wie wir dargestellt werden sollten oder könnten, sogar das ist egal. Denn wir wissen, wie wir sind. Und wir haben gesagt, das kann uns nur Vorteile bringen. Jetzt, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie unbedingt wegen Geld, sondern einfach nur von den Erfahrungswerten. Ja, und dann haben wir uns dafür entschieden. Ja, wir können jetzt auch im Nachhinein sagen, der Dreh ist ja rum. Wir können jetzt schon sagen, dass es eine tolle Erfahrung war. Wir haben tolle Leute kennengelernt. Es war auch super. Woher kommen denn diese ganzen Vorurteile? Ich meine, wenn sich nie jemand dafür entscheidet, als coole Family mal bei RTL 2 mitzumachen, dann wird es auch nicht besser. Dann wird es auch nicht besser. Genau, aber ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, wir können es einfach so sehen, wenn man es jetzt richtig plakativ sieht, wir können auch RTL 2 aufwerten. Die müssen uns nicht unterziehen oder irgendwas. Also das hält es jetzt natürlich alles ein bisschen übertrieben an. Ich weiß auch gar nicht, was es für alles für Sendungen gibt bei RTL 2. Ich gucke es nicht so häufig. Und im Grunde genommen, egal RTL 2, was das ist, was Pipapo. Wir haben es jedenfalls gemacht und bereuen es nicht eine Sekunde. Ja, also um was geht es in dem Format, wo wir mitmachen? Es geht ums Babys erste Jahr und die Entwicklung von Liam wurde halt eigentlich einfach nur mitgenommen. So, was passiert? Wie verändert sich natürlich die Entwicklung? Wie waren die Vorstellungen vorher? Was man alles dem Kind wie erzieht? Ob es windelfrei erzogen wird oder nicht? Und so weiter und so fort. Einfach so alles, so die Entwicklung der Familie mitgenommen. Es machen, glaube ich, fünf Familien mit. Und es werden acht Folgen sein. Stimmt das? Ja, soweit ich weiß. Also soweit wir wissen, acht Folgen. Jeden Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL 2. Ab dem 11.11. Ab dem 11.11. kann man sich wahrscheinlich gut merken. Oder am besten in den Kalenderscheiben. Genau. Nächsten Mittwoch geht es dann los. Und soweit ich weiß, sind wir in acht Folgen zu sehen komplett? Weißt du es noch? Nein, weiß ich nicht. Okay. Also ihr wisst es nicht genau. Ihr werdet es sehen. Wir sind genauso gespannt wie ihr. Wir haben eine einzige Folge vorher gesehen, ansonsten gar keine. Ich weiß noch nicht, ob es eine ganze Folge ist. Das war auf jeden Fall ein Ausschnitt. Ja. Also wir sind dann halt immer so gemischt mit den anderen Familien und so weiter und so fort. Und wir sind genauso gespannt wie wir. Wir freuen uns mega dolle. Und wir müssen dazu sagen, wir kriegen es nicht live wie ihr zu sehen. Ja genau. Also das heißt, wenn ihr schon Kommentare schreibt auf den ganzen Social Media Plattformen, es kann sein, dass wir dann erstmal ein paar Tage später reagieren müssen, wenn ihr jetzt spezifisch was zur Sendung schreibt. Weil wir können es halt hier in Bali jetzt nicht live verfolgen. Wir haben hier kein deutsches Fernsehen. Das heißt, wir müssen es online machen. Aber es brauchen wir erstens mal stabiles Internet. Und dann müssen wir halt gucken, wann das in der Mediathek online freigeschaltet ist. Dass wir es auch gucken können. Und von daher müsst ihr uns da ein bisschen verzeihen, wenn wir da ein paar Tage oder auch mal eine Woche, ich weiß nicht, je nachdem wie lang das dauert, bis wir da reingucken können. Oh, hoffentlich nicht so lang. Ich hoffe auch nicht so lang, bis wir da reagieren können. Ansonsten, ja, vielleicht könnt ihr uns dann schon ein bisschen was vorerzählen. Aber... Ja, das wird auch fies, wenn ihr dann so sagt, ja, wir haben es schon gesehen. Und wir denken so, oh mein Gott, die ganze Welt hat uns schon gesehen und wir wissen nicht, um was es geht. Aber egal, es wird auf jeden Fall mega cool. Wir freuen uns mega da drauf. Wir freuen uns, wie ihr darauf reagiert. Ja, und gibt es noch irgendwas zu erzählen dazu? Ich glaube, wir sind einfach mega, selbst mega gespannt, was jetzt da raus geworden ist. Ich meine, wir haben jetzt ein Jahr da mitgemacht und... Ihr werdet auch unsere Families kennenlernen. Es hat der größte Teil unserer Familien mitgemacht. Wir sind ja beide in sehr, sehr großen Familien aufgewachsen. Auf jeden Fall... Könnt ihr uns noch mal ein bisschen näher und unsere Familien kennenlernen. Genau. Das sieht man nochmal in einem... Und die ganze Entwicklung von Liam, oh mein Gott, von dem ersten Moment bis zum ersten Geburtstag. Also seit der Geburt. Also ich bin auch mega gespannt. Auch ihn nochmal so klein zu sehen. Das wird, glaube ich, für uns auch... So ein Mini-Furz immer, so ein Mini-Furz. Ja, verrückt sein, weil wenn wir jetzt schon ab und zu mal ein paar ältere Bilder sehen oder auch nochmal ein älteres Video von uns, dann ist es nämlich schon verrückt. Ja, in diesem Jahr ist so verdammt viel passiert irgendwie. Und man glaubt es gar nicht. Also viele sagen immer, ja, genießt die Zeit so gut ihr könnt, so intensiv ihr könnt. Und dann im Nachhinein sagt man, selbst jetzt nach einem Jahr schon ein paar Sachen hätte man auch intensiver genießen können. Oder man hat es auch einfach nicht mehr ganz im Kopf, dass der Liam wirklich so klein war oder so aussah. Also von daher... Ich habe letztens auch schon gesagt, wir brauchen nochmal ein Baby, um nochmal zu wissen, wie klein das war. Und von daher ist es halt einfach mega, mega spannend für uns auch nochmal. Ja, und wir hoffen, dass ihr auch Freude an der Sendung habt. Und ansonsten sind wir auch richtig, richtig aufgeregt. Alle Fragen, die ihr habt, könnt ihr gerne in die Kommentare stellen. Wir gucken, ob wir die soweit beantworten können oder auch dürfen. Wenn es jetzt spezifisch zu der Sendung zu inhalten ist, dürfen wir natürlich noch nichts sagen. Das werdet ihr dann in den Sendungen sehen. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts vergessen. Ach, eine Sache noch, das interessiert euch bestimmt. Und zwar, wie viel oder ob wir Geld dafür bekommen haben. Ja, wir haben Geld dafür bekommen. Wie viel dürfen wir leider gar nicht sagen. Haben wir nämlich unterschrieben. Ist ein nettes Taschengeld auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, wir haben es nicht wegen dem Geld gemacht. Also das ist, finde ich, wichtig. Natürlich hätten wir es nicht gemacht, wenn es komplett umsonst gewesen wäre. Aber wir haben es nicht aus dem Grund des Geldes gemacht. Wir haben jetzt gesagt, was würden wir machen, wenn wir kein Geld kriegen würden? Würden wir es machen oder würden wir es nicht machen? Wegen, gerade jetzt wegen diesem RTL2-Thema. Genau. Dann haben wir gesagt, also das wird uns einfach nur so weiterbringen und so eine Erfahrung sein, mit dem Fernsehteam zusammenzuarbeiten und dann auch mal im Fernsehen zu erscheinen. Dass wir gesagt haben, dieser Vorteil wiegt so groß, dass das nicht, also das ist kein Problem sozusagen darstellt. Man kann auch nicht immer nur von dem Geld ausgehen. Natürlich, wie gesagt, wir brauchen gar nicht darüber reden. Natürlich ist Geld auch immer wieder ein wichtiger Punkt im Leben, weil ohne Geld können wir halt nicht überleben. Und wenn man weiß, dass eine andere Produktionsfirma dadurch Geld verdient, wollen wir natürlich auch daran verdienen. Aber es ist nicht der erste, der erste Beweggrund. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich finde generell im Leben, also das Wichtigste ist, Ja, finde ich auch. Man merkt ja auch, egal wie gut man Geld verdient, irgendwann wird man trotzdem unglücklich, wenn der Job nicht das ist, was man wirklich leidenschaftlich gerne macht. Und genauso ist es halt auch bei jedem Projekt, das man startet. Also der erste Gedanke für mich ist immer, bringt es sich weiter, hat es für mich persönlich irgendwelche Vorteile, kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln, kann ich mich weiterentwickeln, ist es das, was mir Spaß machen könnte. Deswegen haben wir mitgemacht. Und dann natürlich im zweiten Punkt tut man schon über das Geld nachdenken und auch darüber verhandeln, das ist ja klar. Aber der erste Punkt ist für mich immer wichtig, ob es zu mir passt, ob man es ausprobieren möchte und ob es einen persönlich überhaupt weiterbringen kann. Und das war für uns ganz klar. Yes. Hoffen wir, hat dieses Video auch wieder gefallen. Und ja, dann sehen wir uns. Gebt uns einen Daumen hoch für RTL 2. Genau. Ja, also, ich bin mal gespannt, wie viel. Nein, Gott. Ja, cool. Okay, also wir freuen uns auf euch und ja, kommentiert. Sagt uns, was ihr davon haltet von der ganzen Story. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch noch gerne tun. Es ist ja wirklich nochmal Danke an alle Neuen, die dazugekommen sind. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, wie wir wachsen. Und ja, einfach Danke dafür. Momentan können wir wirklich täglich zusehen, wie es nach oben geht. Und wir sind richtig begeistert davon. Und ja, wir hoffen, es geht so weiter. Und ihr bleibt dran und ihr findet es spannend, was wir machen. Und ja, es ist einfach mega schön, eure Unterstützung zu spüren und auch dann in Zahlen zu sehen. Und ja, wir hoffen, es geht so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. 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 Du musst ja kein Hallo sagen. Fang jetzt einfach mal an. Kurz dazu erzählen, weil es gab ein paar Fragen von euch. Dem ist nicht so. Es war auf jeden Fall schon vorher der Fall. und wie es genau war, kann euch Sandia erzählen. Du musst es erst entsperren. Ja, man redet wieder mit sie sozusagen im Fernsehen. Dann haben wir festgestellt, ja gut, es ist RTL 2. Wir waren dann erstmal so, ups, ah ok, krass. Warte kurz, der Liam will auch was dazu sagen. Was willst du sagen? So, das ähm... Oh, gut gefangen. Schatz, dein Pillermann. Man muss so ein bisschen drauf achten jetzt. Nochmal auf dem Vollen. Hallo? Hallo? Wer ist da? Da ruft jemand an und sagt jetzt, wie das war. Hallo, hallo. Hallo? Ja, hallo? Wer ist denn da dran? Ja, hallo? Hallo, ist da der Liam? Wollen wir anfangen? Okay. Gut, was sind die Punkte, die wir sagen? Ja, was sind die Punkte, die wir sagen? Hallo auf unserem Kanal. Hallo. Hallo. Mach mal. Wir kommen ins Fernsehen, Leute. Ganz genau, das will ich hören. Okay, wir kommen nämlich ins Fernsehen. So. Weißt du, so dieses Power. Okay, nochmal ganz von vorne und jetzt richtige Power. Puh, 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 puh. Okay, alle. Hallo und herzlich willkommen... Okay, das war ein bisschen too much. Okay. Okay. Okay, komm, komm. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mal. Mal.